Herzlich Willkommen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mein zweiter Teil, heute ist der zweite Teil, was mein Trikot war. Ich habe mein Trikot erweitert auf ein Trikot weiter mehr. Ich kenne alles von meinem Trikot. Das ist mein erster Trikot von Bayern München. 2010, 2011. Dann kommt das Trikot. Ja, das habe ich von euch gezeigt. Okay, das mache ich jetzt im Schnelllauf. Das Trikot kennt ihr auch schon, von FC Bayern München. Von Robben. Das Unterteil. Dann von Nölak die Klub-Weltmeisterschaft. Die beste Mannschaft auf der Welt waren die 2013. Das da auch. Und jetzt schnell durchlaufen, dass ihr das neue Trikot sehen könnt. Jetzt kommt das neue Trikot. Das neue Trikot von Bayern München. Und jetzt fragt ihr euch, welche Nummer. Welche soll das sein? Benden in das neue FC Bayern-Trikot mit? Kata Eriks. Das Bayern-Trikot neue ist... Hamels... Hamels... Wartet... Hamels... Rodrigues. Dieses Jahr kostet das Trikot sehr. Oberteil 90, Unterteil 40 und die Nummer 10,15 Euro. Schöne Grüße an alle Fans, die... Viel Spaß noch in der Schule. An alle meine Fans. Ich mach vielleicht mal ein Video in mein Fitnessstudio. Da könnt ihr... Ich mach da einmal wieder, wie das meine Trainingsübungen mache. Bald irgendwann. Es kann... Es kann nächste Woche, übernächste Woche sein. Das ist irgendein Video mache, wo ich meine Trainingsübungen mache. Entschuldigung, weil ich mich verschweiß. Ich hab mich ganz gut verändert. Ich hab mich ganz gut verändert, weil ich mehr Sport treibe, als ich noch in der Schule mache. Und gesunde Ernährung mache ich auch. Man muss bei Sport am Limit gehen. Wenn ich maximal ein, zwei Stunden Sport mache. Manchmal zwei, drei... Zwei Tage geht Sport. Manchmal ein Tag, manchmal drei Tage. Jetzt vier Tage... Drei und vier Tage will ich jetzt versuchen. Sport zu machen. Ich will auf ein maximales Ziel kommen. Ein bisschen noch abzunehmen. Danke an meine Fans. Medina, Stella, Emil, Samy, nicht Samy. An alle meine Cousins und Cousinen. Viel Spaß. Lukasus haben dann Stress als Samyla. Edina. Und Lukavice habe ich... Diese Handschuhe habe ich fast nur in Sanitia benutzt jetzt. 2017-2010. Sonst habe ich meine Handschuhe von Boyan nicht benutzt. Viel Spaß. Viel Spaß noch in der Schule. Er hat mich dazu. Ich bin begeistert. Ich bin schon, als ich immer wieder rauskriege zu werden. Diese Jäulein ist. Ich habe ich mich nichtxo. Ich bin immer noch in der Schule. Ich bin extra Zeit. Ich bin seit einem Tag. Ich bin z willens. Das reicht aus! Ich bin, bis jetzt zu mir. Ja, ich bin mir vor. Ich habe nochmal eben ein paar Jahren. Satz in einem Novi Video da bitte. Kommentiert was ich noch in meinem Video verbessern kann und schreibt Vorschläge was ich aufnehmen kann. Viel Spaß bei der Schule. Heißt du, Team Asmachterneuze. Bye bye.